Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von unserem Death Diaries in Knights of Honor 2 Severin mit mir, dem Yannick. Und wenn ihr weitere Death Diaries besprochen und erklärt haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal über ein Like und einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja, aktuell geht es Schlag auf Schlag, ich bringe die relativ zügig raus und deswegen freut es mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, Death Diary 12, geht es um Diplomatie Part 1 und da schauen wir uns die Kriege und Allianzen an. Die Entwickler sagen, dass die Diplomatie einer der wichtigsten, vielleicht auch der wichtigste Teil des Spiels ist. Das Diplomatie Thema ist deshalb so groß, dass es in zwei Teile aufgeteilt wird, Krieg und Allianzen eben heute. Und im nächsten Teil geht es dann um Diplomaten, also eine weitere Ritterklasse und andere Pakte. Genau, Krieg ist eine Sache, die sie wirklich im Vergleich mit dem ersten Teil verbessern wollten. Vor allem in den Allianzen mit zwei oder mehr Königreichen pro Seite. Sie haben mit einfachen Allianzen, die im ersten Teil angefangen, aber sie nach kurzer Zeit über die gleichen Probleme gestolpert. Also das heißt, einfach Bündnisse, ein Bündnisblock gegen den anderen Bündnisblock sozusagen, die halt eben schon vor dem Krieg quasi feststanden. Da musste man nur noch sagen, ich nehme teil am Krieg als Verbündeter oder eben nicht. Oder musste hoffen, dass eben die eigenen Verbündeten teilnehmen und die feindlichen Verbündeten nicht. Allianzen waren darüber hinaus auch noch praktisch permanent und es hat den Spieler bestraft, wenn er sich jemals entschieden hat, ein Bündnis aufzulösen und das Königreich auch noch anzugreifen. Allianzen fühlten sich darüber hinaus oft langweilig an und sie haben einen in Kriege gezwungen, die man nicht führen wollte. Beziehungsweise man hatte keine Chance, diese Kriege zu verhindern. Außer halt eben zu sagen, nee, ich komme nicht mit, das ging, soweit ich weiß, aber war halt auch nicht immer die beste Möglichkeit, weil dann eben die Beziehungen komplett kaputt waren mit dem jeweiligen Land. Als erstes wollten sie das Problem beheben, indem Allianzen nur eine Generation halten. Also sobald einer der Herrscher verstirbt, die Allianz endet. So ein bisschen wie in Crusader Kings, wenn man so will. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, da ab und zu die Bündnisse zu kurz und manchmal trotzdem zu lang waren. Zusätzlich blieb das Problem mit ungewollten Kriegen bestehen. Deshalb haben die Entwickler sich entschieden, eine große Änderung einzuführen. Es gibt Allianzen nur im Zusammenhang mit Krieg. Naja, was bedeutet das also? Erstmal ist es wichtig, dass keiner enttäuscht sein muss, denn es gibt normale Friedenspakte, Defensivpakte, Invasionspläne, königliche Hochzeiten, Vasallen, Lehensherr-Verbindungen und andere Abkommen. Über die bald auch gesprochen wird eben im zweiten Death Diary. Aber keiner dieser vorgenannten Punkte garantiert eine Allianz im Krieg. Ab sofort reden wir da nur noch von Allianzen. Aber macht diese eben auch wahrscheinlicher. Also hier sieht man noch ein Bild. Genua hat uns den Krieg erklärt. Was den Entwicklern geholfen hat, war, dass es viele historische Beispiele gibt und Kriege selten ein 1 vs. 1 waren. In Knights of Honor 2 hat jeder Krieg zwei Seiten, Allianzen und jede Allianz hat einen Seitenanführer und wahrscheinlich mehrere Unterstützer. Die Unterstützer können von Beginn des Krieges an, abhängig von den Pakten vor dem Krieg oder später dem Krieg beitreten. Sicherlich werden Spieler, die starke Verbündete bekommen wollen, oft die Option vordere Unterstützung im Krieg, da das eine schnelle Menge Stärke in die Allianz bringen kann. Vor allem dann, wenn einige der vorgenannten Pakte haben, also das auswählen. Die Allianz ist zu verlassen oder aufzulösen während einem Krieg geht auch, aber die ehemaligen Verbündeten werden sicher nicht glücklich darüber sein. Der Ruf und die Autorität sinken, weshalb es eine schwere Entscheidung ist. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich raus aus dem Krieg. Also bei den Pakten handelt es sich eben um diese Innovationspläne und diese Defensivpakte. Auf die gehe ich im nächsten Death Diary noch ein bisschen genauer an. Für ein, für jetzt ist es einfach nur zu wissen, quasi die Defensivpakte sind Defensivbündnisse. Das heißt, wenn dann gegen ein Land, die Innovationspläne sind Offensivpakte gegen ein Land und dem kann man eben beitreten. Das heißt, jetzt mache ich es doch schon ein bisschen ausführlicher, aber ich glaube, das ist wichtig fürs Verständnis. Das bedeutet, nehmen wir mal an, Frankreich ist extrem starrt. Und jetzt sagen mehrere Länder, wir machen einen Defensivpakt gegen Frankreich. Und wenn dann eins dieser Länder angegriffen wird, wird Frankreich mit allen diesen Ländern im Krieg sein. Bei Invasionsplänen ist es eben genau andersrum. Wenn jetzt eins dieser Länder außenrum sagt, haha, komm, ich sammle mir Verbündete für eine Offensivaktion, um Frankreich dann vielleicht auch tatsächlich so zu schwächen, dann könnten eben dies nur im Invasionsplan andere Leute beitreten. Und Frankreich wiederum könnte dann selbst einen Defensivpakt mit anderen Ländern schließen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ja. Ich werde es auch im nächsten Death Diary noch mal ein bisschen genauer erzählen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man Kriege mit möglicherweise vielen Kräften beenden kann. Natürlich kann man ihn gegner komplett zerstören, aber große Kriege benötigen eher frühere Verhandlungen. Und hier ist es wichtig zu beachten, dass nur Allianz-Anführer einen Friedensvertrag unterzeichnen können. Das Ergebnis gilt dann für alle Teilnehmer des Krieges. Ich heiße auch wie in Europa Universalis beispielsweise, wo ja auch der Kriegsanführer quasi den Frieden entscheidet. Allerdings, das ist genauso, hier kann man übrigens dann dem Krieg beitreten oder nicht, ja. Allerdings ist es genauso hier wie in Europa Universalis 4. Während des Krieges können nämlich auch hier Unterstützer Frieden mit dem gegnerischen Anführer schließen, aber niemals mit anderen Unterstützern von der Gegenseite. Und somit dann auch den Krieg für sich alleine beenden. Das enttäuscht natürlich auch hier die ehemaligen Verbündeten, aber man ist immerhin raus aus dem Krieg, ja. Unterstützer können wie gesagt keine Frieden untereinander schließen. Die Entwickler überlegen eben noch weitere solcher Game of Thrones Elemente einzuführen, also hintergehen, Seitenwechseln etc. Aber sie haben die Sorge, dass es dann eben vielleicht auch zu bestraft für den Spieler sein könnte, weil das muss man natürlich auch alles programmieren und der KI beibringen und nicht, dass es dann immer so ist, dass die Fraktionen ohne Verständnis einfach die Seite in den Krieg verlassen oder gar die Seite wechseln. Und auch hier zu dem Thema würde mich mal eure Meinung interessieren. Wollt ihr mehr so Seitenwechsel, mehr Game of Thrones Style haben oder lieber eher seltener, also lieber, dass eine Fraktion vielleicht aus einem Krieg rausgeht, wenn sie schon echt hart gelitten hat in dem Krieg, ja. Und nicht einfach nur so Game of Thrones-like einfach hintergehen, ja. Solche Geschichten, das ist ja denke ich da die Abwägung, ja. Oder weil man selber gesagt hat, haha, ich habe jetzt schon ganz, als Unterstützer, ich habe jetzt schon relativ viel erobert, mache ich einfach Frieden, um hier möglichst viel vom Kuchen abzukriegen, weil ich weiß ja nie, wie der Allianz-Anführer so tickt, ja. Genau, hier auf der Karte sieht man es mal noch ganz cool, glaube ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, also wir sehen auf jeden Fall, hier sind welche im Krieg miteinander, ja. Oder deutsche Orden und Polen sind miteinander im Krieg, glaube ich. Und eben Litauen ist Unterstützer von Polen und Pommern und Dänemark von Dänemark, äh, von deutschen Orden, aber die sind noch nicht dabei im Krieg. Und ich glaube Moskau, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein Handelsabkommen, aber da reden wir ja nächstes Mal nochmal ein bisschen genauer drüber, aber ich glaube, Gelb war Handelsabkommen. Ähm, ja, grundsätzlich, also erstmal würde mich das eine Thema interessieren, wollt ihr mehr so Game of Thrones-Mechaniken? Und dann natürlich, wie immer, wie hat euch dieses Death Diary gefallen? Was sagt ihr zu dem neuen System? Ich finde grundsätzlich, dass dieses Allianzsystem, diese Allianzänderungen spannend sind. Ähm, ich habe auch nichts gegen fragilere Bündnisse. Ähm, interessant wäre noch zu wissen, ob die Meinung bei einem neuen König wieder auf einen neutralen Punkt fällt, oder ob es quasi eine Königreichsmeinung über ein anderes Königreich gibt. Und des Weiteren sollten natürlich durch diese, auch Möglichkeit der nachträglichen Allianzen oder des nachträglichen Beitrittens nicht immer Flächenbrande entstanden, entstehen. Weil, ich finde es immer ein bisschen blöd, es darf auch ruhig mal ein bisschen regionaler zugehen, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel in dem Krieg hier, macht noch Böhmen mit, und wenn Böhmen mitmacht, macht das Heilige Römische Reich mit, und wenn Heiliges Römisches Reich mitmacht, macht dann Frankreich mit, und wenn Frankreich mitmacht, macht dann England mit. Das finde ich immer ein bisschen schade, es darf ruhig auch mal ein bisschen regionaler zugehen. Ähm, genau. Und wegen der Königreichsmeinung, oder wie auch immer, da wird, das wäre halt eben noch ein zusätzlicher Spannungseffekt, wenn eben, sobald ein König stirbt, die Beziehungen auf einen Nullpunkt zurückgehen zu jedem Land. Es sei denn, man wäre irgendwie mit einem Land verheiratet oder so. Also mit der Prinzessin von einem anderen Land oder einem Prinzen. Das wäre dann schon in Ordnung, finde ich, dass man da dann sagt, okay, die Beziehungen sind ein bisschen besser. Ähm, würde mich nur interessieren, finde es ehrlich gesagt besser, wenn es eben so ist, dass es auf diesen Nullpunkt zurückfällt. Allerdings gibt es noch einen Death Diary, da geht es um Meinungen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, habe ich mir noch nicht angeschaut, ob es da wirklich auch dann um dieses Thema geht, ähm, oder um andere Geschichten. Aber das werden wir dann sehen. Trotzdem eine spannende Frage. Und wie gesagt, jetzt bin ich auf eure Meinung und eure Einschätzung hier gespannt, sowohl zum Death Diary, als auch zu meinem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.